Dann kommen wir jetzt schon zum Transfer-Update und das geht heute relativ flott, denn allzu viel ist nicht passiert, aber Sebastian, der VfB hat mal wieder einen jungen Franzosen verpflichtet, Moussa Cissé, wird als Linksverteidiger beschrieben, ist aber eher ein klassischer Wingback, also eher ein Sosa als ein Stenzel, wenn du verstehst, was ich meine. Also natürlich spielt der Stenzel rechts, aber du weißt, was ich meine. Kein defensiv denkender Rechtsverteidiger, sondern eher ein offensiv denkender linker Wingback. Das ist der Spieler Moussa Cissé. 18 Jahre alt, kommt ablösefrei aus der Nachwuchsakademie von Paris Saint-Germain. Warum ist das so? Weil er ja zum 1.7. oder zum 30.06. lief seinen Vertrag aus, zum 1.7. war er dann vereinslos. Das war nicht der Fall, weil PSG keinen Bock mehr auf diesen Spieler hatte, sondern weil er ein Vertragsangebot abgelehnt hat. Also PSG hätte ihm gern einen Vertrag gegeben. Er selber hat aber die Situation so eingeschätzt, dass er bei PSG einfach zu wenig Möglichkeiten hat, sich durchzusetzen. Und er hat dann einfach mal, wie man so schön sagt, den Markt sondiert und der VfB hat dann zuschlagen können. Und man muss schon sagen, das ist ein Coup für den VfB. Also der Spieler war jetzt nicht nur hier bei Sven Mislintat auf dem Zettel, sondern da gab es auch den einen oder anderen größeren Klub, der sich zumindest mal mit dieser Personalie auseinandergesetzt hat. Tja, und er wird jetzt zum VfB kommen und wie es eigentlich mittlerweile gang und gäbe ist, wird er erstmal in der U21 zum Einsatz kommen und soll dann über Trainingseinheiten sich empfehlen für den Profikader. Also das ist auch wieder ein langfristiges Projekt von Sven Mislintat, deswegen auch der Vertrag bis 2025. Und ja, ich muss zugeben, ich kann nicht allzu viel zu diesem Spieler sagen. Der hat in den letzten Monaten, fast schon Jahren, relativ wenig spielen können. Zum einen aufgrund von Corona, zum anderen aufgrund von Verletzungen. Aber er gilt wohl als wirklich herausragend großes Talent. Aber ich muss mich überraschen lassen. Sebastian, hast du noch irgendwas über Moussa Cissé in Erfahrung bringen können? Nee, mir geht es genau wie du. Also ein erneutes Talent aus Frankreich mit wahnsinnig viel Potenzial und sehr, sehr wenig Spielzeit. Und wenn der Plan aufgeht, ist es, glaube ich, eine große Verstärkung. Und wenn nicht, dann ist das Risiko auch begrenzt. Also so ein klassischer Mislintat-Transfer. Aber man hat jetzt schon Bock drauf, ihn spielen zu sehen, oder? Ja, ich will ihn sehen, absolut. Also, weil du halt weißt, technisch sind die alle fantastisch ausgebildet. Das ist einfach so, wenn du aus Frankreich kommst, die Grundlagen, die da, oder für die Grundlagen, die da gesorgt, die da, nee. Für die Grundlagen, die man da mitbekommt, das ist einfach top of the art inzwischen. Und er hat ein gewisses Tempo mit dabei. Also, was man so lesen konnte, es ist halt einfach ein Spieler, der Spaß macht. Und ja, das war ja grundsätzlich bislang offensichtlich das Credo für Verpflichtungen von 2Mislintat. Die Spieler sollen uns irgendwie begeistern. Das haben sie eigentlich durch die Bank geschafft. Und für daher freut man sich, selbst wenn es dann nur bei der U29 ist, diesen Neuzugang spielen zu sehen. Also, ja, ich muss mich dann überraschen lassen, was auf mich zukommt. Und danach können wir vielleicht auch ein bisschen ausführlicher über ihn sprechen. Aber bislang ist es halt wirklich so ein Internetwissen. Ja, und da bringt es jetzt, glaube ich, nichts groß zu spekulieren. Wir freuen uns auf den Spieler und dann gucken wir mal, was draus wird. Vielleicht wird es ja, wie bei Ito, eine große Überraschung. Auf einmal, ja, ist der regelmäßiger bei den Profis dabei als zunächst angenommen. Jetzt habe ich mir übrigens auch überlegt, ob es sein könnte, dass Itos gute Trainingsleistung oder gute Vorbereitungsleistung dazu geführt hat, dass man sich nochmal auf der linken Seite nach Alternativen umschauen musste. Also gerade für die U21. Ach so rum, ja. Ja, Ito war ja lange Zeit eingeplant für die U21. Klar, als Innenverteidiger. Aber er kann auch Linksverteidiger spielen. Weiß ich nicht, ob man dahingehend dann nochmal nachgesteuert hat. Oder ob das jetzt einfach wirklich nur ein Vorgriff war. Oder weil es halt die Möglichkeit gab, schwer einzuschätzen. Ja, dann gibt es noch einen weiteren Franzosen, der Sven Mist hat offensichtlich interessiert. Und zwar Enzo Millot. Der ist 19 Jahre alt, spielt für die AS Monaco. Ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der über Links kommt. Also vergleichbar mit Bejas oder die Davi. Ist auch ein Linksfuß. Trainierte und spielte bereits unter Niko Kovac, der ja dort Trainer ist in Monaco, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und sogar sehr erfolgreich dort ist, muss man dazu sagen. Und ja, zu Beginn der Saison, also der abgelaufenen Saison, stand er häufiger im Kader. Hatte sogar zwei Kurzeinsätze. Danach wurde es ein bisschen ruhiger um ihn. Hing auch damit zusammen, dass Monaco zu dem Zeitpunkt relativ viele Verletzte hatte. Und so gab es halt die Möglichkeit, für junge Spieler dann auch mal im Kader zu stehen. Und er hat jetzt noch einen Vertrag bis 2022 in Monaco und wäre zu haben für, ja, anderthalb Millionen plus Bonis. Auch hier ist es schwer einzuschätzen, wie gut der Spieler jetzt wirklich ist. Auch hier sieht man wieder technisch hervorragend ausgebildet, spielstark. Es ist auf jeden Fall mal ein interessanter Spieler, keine Frage. Und ich finde, für 1,5 Millionen kannst du vielleicht so ein Risiko auch eingehen, so einen Spieler zu verpflichten. Denn die Frage ist halt immer, du hast auf dieser Position wirklich schon relativ viele Talente und auch, ja, einfach arrivierte Spieler. Also wenn man sich überlegt, dass auch noch ein Philipp Klement da ist, der das Spiel kann, die Davi sowieso. Dann überlegt man sich natürlich schon, ob man jetzt unbedingt diese Verletzung, äh, Verletzung sage ich schon. Weil bei dir was runtergefallen ist, Sebastian, dann habe ich sofort an die Verletzung gedacht. Ja, ja, ja. Ob man jetzt diese Verpflichtung tätigen sollte. Oder ob das auch wieder ein Spieler wäre, der erstmal der U21 helfen soll. Also ich finde den, wie gesagt, sehr interessant, den Spieler. Ich habe den sogar schon spielen sehen. Und zwar im Ruhrcup habe ich den mal spielen sehen. Hat der gegen Dortmunds U19, ähm, ein Spiel absolviert. Und ist ein Stück weit aufgefallen. Als zentraler Mittelfeldspieler hat der auch ein markantes Äußeres, äh, durch seinen Afro, den er da trägt und so. Und da fällt der halt grundsätzlich schon mal auf, aber auch aufgrund seiner Leistung ist er aufgefallen. Ja, ähm, warum nicht, sage ich jetzt mal so. So, aber wie gesagt, wir haben es letztes Jahr ein paar Mal thematisiert, ist bei Missentat natürlich immer so ein Ding, äh, welches Signal sendest du damit an deine eigene Jugend? Also gerade so ein Lee Eggloff. Jetzt kommt der Nächste für die Position, die er auch spielen könnte. Ja. Ähm, ein bisschen zwiegespalten. Ich habe Bock auf solche Talente, die uns zu einem Missentat irgendwo aus Frankreich ausgräbt. Auf der anderen Seite hätte ich es aber auch gern, wenn unsere eigene Jugend sieht, dass es durchaus auch freie Plätze gibt im Kader. Und da kann man natürlich jedes Mal erzählen, ja, die bekommen, oder die Tür wird aufgemacht und die bekommen ihre Möglichkeit über Training und so. Es ist dann trotzdem schwierig, glaube ich, für einen jungen Spieler, wenn er sieht, dass da ständig neue, junge Talente verpflichtet werden. Deswegen, ich bin etwas zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie du die Situation einschätzt oder die Lage. Ja, so wie du. Also auch jetzt, äh, bei, bei Moussa Cissé, ich glaube, der kann eigentlich nur Linksverteidiger spielen, ne, also laut Transfermarkt jedenfalls. Und, äh, da hast du ja eigentlich, ähm, jetzt mit Clinton Mola eigentlich jemanden, der das könnte. Und, also wenn ich jetzt Clinton Mola wäre, da würde ich mir auch denken, okay, äh, also das Vertrauen in mich, äh, scheint dann irgendwie doch begrenzt zu sein. Also ich finde es cool, ähm, dass immer wieder neue Talente bei uns irgendwie aufschlagen, aber, ja, wie du es auch sagst, ne. Also wenn ich jetzt irgendwie, ähm, seit, äh, fünf oder acht oder seit zehn Jahren in der VfB-Jugend spielen würde, dann hätte ich, glaube ich, ein ganz anderes Auge drauf und würde es auch eher kritisch, ähm, beobachten. Wobei du bei Mola natürlich dazusagen musst, das kannst du dem Verein fast nicht verübeln, dass man sich hier vielleicht nach einer Alternative umschaut, weil Mola einfach so lange raus war mit schwerer Verletzung, jetzt wieder doch länger fällt als zunächst, ähm, angenommen. Also, da gab es ja die Geschichte, äh, im Spiel gegen Innsbruck, wo er auf das Becken gefallen ist, meine ich, weil er das Schlag auf, auf dieses Becken kam, ne. Becken kam, genau. Ähm, und da haben wir uns ja schon Sorgen gemacht, ob es dann vielleicht doch wieder die Hüfte ist, wo er die, äh, schwere Verletzung hatte, das Ödem. Und, ähm, jetzt fehlt er dann doch wieder länger, als es zunächst hieß, also, uns wurde ja immer dann über, über die VfB-Seite mitgeteilt, der trainiert spätestens am Mittwoch wieder. Mittwoch, Donnerstag ist er dabei. Jetzt haben wir heute Dienstag, ich weiß nicht, ob er heute mit dabei war, aber er hat auf jeden Fall länger gefehlt als zunächst angekündigt. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass man, sollte man jetzt wirklich dann Cissé als Konkurrenz für Mola sehen, ähm, dass man das schon argumentieren kann, ja, oder verargumentieren kann, dass, 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 dass dieser Spieler verpflichtet wird, aber, ja, ja, aber es ist schwer, aber auch dann. Schwer zu sagen, äh, weißt du, du musst es so sehen, ich glaube, dass ein Cissé anders an die Sache rangehen wird als ein Mola. Für mich ist ein Mola eher ein linker Halbverteidiger und ein Cissé eher ein linker Wingback. Beide können auch Linksverteidiger spielen. Aber im Endeffekt hast du schon nochmal zwei Spieler, die die Rolle als Linksverteidiger komplett unterschiedlich interpretieren. Das ist für mich so das Argument, warum ich es Cissé nicht als direkten Konkurrenten für Mola sehe. Ja, ja, schon, aber wenn du halt als VfB Stuttgart in der zweiten Saison nach dem Aufstieg um Klassenerhalt kämpfst, dann kann man auch sagen, hey, dann lass doch mit dem Kaminski nochmal verlängern. Also, weißt du, ich finde, ähm, jetzt, äh, sowohl ein Mola als auch ein Cissé ist halt irgendwie ein unfassbar großes Risiko. Aber den Cissé, den darfst du da nicht in die erste Mannschaft mit reindenken. Ja, aber das haben wir ja auch bei einem, bei einem Ito gedacht. Ja, aber der hat ja, der hat es ja nicht geschafft, weil, äh, weil man ihn brauchte, sondern weil er halt einfach gute Leistung gezeigt hat. Also, weißt du, der hat sich ja empfohlen durch, durch gute Testspiele, durch gutes Training und das soll ja auch weiterhin möglich sein. Also, Cissé ist so gesehen eigentlich jetzt erstmal für diese Saison eine U21-Verpflichtung und dann perspektivisch für 2022, 2023 und darüber hinaus eine Verpflichtung für die, für die Profis. Und, und so sehe ich es halt. Also, für mich ist das jetzt kein direkter Konkurrent für einen Sosa oder für einen, für einen Mola schon gar nicht. Also, Mola sehe ich wirklich nicht als, als linken Wingback, sondern einfach als linker Halbverteidiger. Also, Mola ist für mich halt Kandidat für, äh, Kämpfsposition oder für die Sechs. Das kann er auch sehr gut spielen, aber hat er halt jetzt beim VfB eigentlich nie unter, unter, äh, Matarazzo. Deswegen, für mich ist es keine direkte Konkurrenz, ähm, Cissé. Für mich ist es eher so eine, so eine, so eine, äh, so ein Vorgriff sollte Sosa mal wechseln, weil er die, 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 die Rolle ähnlich offensiv ausübt wie Sosa. Ja, absolut. Cissé ist für mich auch der perfekte Sosa-Nachfolger, aber ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass man halt Spieler verpflichtet und sagt dann, naja, die sind eigentlich für die U21 und dann, ähm, performen sie dann relativ gut und dann, zack, sind sie halt irgendwie für die Startelfen-Kandidaten, weil man merkt es ja auch jetzt bei den Fans, ne? Also, die sagen, ja, der Ito und der Bayers und, ähm, äh, der, weiß ich nicht, der, also, Sanko halt, ja, ja. Sanko, ne? Also, ich meine, die, die Leute sind unfassbar jung und die sind, glaube ich, Selbst ein Polster, kannst du auch noch dazu zählen, der hat jetzt einmal ein gutes Spiel gemacht und zack, musste er mehr oder weniger spielen. Genau, also ein gutes Spiel und du denkst irgendwie, ja, die machen jetzt irgendwie zehn Saisontore. Nee, also, das wird nicht passieren. Also, die sind vermutlich, die meisten von denen noch nicht so weit und ich glaube, das muss man irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ne? Ja, man muss das halt so sehen wie ein Koulibaly. Die werden halt verpflichtet. Genau. Und dann sollen die sich erstmal über die zweite Mannschaft empfehlen und im besten Fall klappt das und wenn es halt nicht so läuft wie bei Koulibaly, dann klappt es halt eben nicht. Deswegen fand ich auch manchmal die Kritik an Koulibaly jetzt in der abgelaufenen Saison falsch, weil er für mich eigentlich definitiv einen Schritt gemacht hat nach vorn. Aber das war ein so großer Schritt, dass man dann plötzlich dachte, das ist jetzt das Level, was erhalten wird. Aber diese Schwankungen hast du halt bei Jugendspielern, dass die einmal ein Spiel abliefern wie gegen Dortmund und dann ein Spiel abliefern wie, kannst du jetzt irgendein Beispiel raussuchen, wo er mal ganz alt aussah. Die gab es nämlich genügend. Aber das gehört halt dazu. Wichtig ist, dass sie weiter spielen dürfen und die Möglichkeit haben sie beim VfB, weil sie sich ja auf dieses Projekt, sage ich jetzt mal, einlassen, in der ersten und in der zweiten Mannschaft zu spielen. Und wenn man da einen Einglang schafft, sodass man trotzdem auch noch die eigene Jugend mitnimmt, das müssen dann die Jugendspieler und Jugendrinner beurteilen, wie weit das der Fall ist, finde ich das einen interessanten Weg, weil auch beide Mannschaften enger zueinander, enger aneinanderrücken. Also du hast halt das Gefühl, du hast nicht mehr das Gefühl, dass du zwei Mannschaften hast, sondern beide ergänzen sich. Und das ist eigentlich auch cool, wenn das so funktioniert, dass du wirklich so ein A- und ein B-Team hast. Ja. Finde ich eigentlich auch cool, dass man das so macht. Total, ja, ja, klar. Ja, also ich möchte, jetzt sind wir wieder bei Cissé, wir waren ja eigentlich bei Mio, aber da haben wir auch alles dazu gesagt. Ich möchte diesen Cissé-Transfer wirklich gar nicht groß kritisieren, weil du hast kaum ein Risiko. Also natürlich musst du dem Spieler Geld bezahlen und da wird auch eine Ausbildungsentschädigung fertig und so. Aber das ist für heutige Verhältnisse lächerlich. Die Frage ist halt, was bedeutet das für deinen eigenen Nachwuchs? Da musst du richtig abwägen. Und da müsste ich jetzt wissen, wie sind da die Perspektiven für Spieler X und Y? Und das weiß ich eben nicht. Also Manuel Reuter hat den Verein verlassen. Ja, vielleicht wäre das sonst der Linksverteidiger gewesen, mit dem man geplant hat. Ja, schwer einzuschätzen. Also ich bin vielleicht, wie gesagt, auch zu großer Mislintat-Fanboy, deswegen akzeptiere ich das dann eher. Kann natürlich auch sein. Gut, einen Spieler habe ich noch, der wird nicht zum VfB kommen und zwar, aber ich finde ihn cool, und zwar Simeon Toshukwu Nvankwo. Besser bekannt als Simi. Der spielt beim FC Crotone jetzt in der Serie A. Sie sind abgestiegen, starb eigentlich aus Nigeria, hat aber seine Jugend in Portugal verbracht. 29 Jahre alt und schoss in der abgelaufenen Serie A-Saison 20 Tore für Crotone. Es sollte trotzdem nicht für den Klassenerhalt reichen. Sie stiegen ab. Ja, ist wirklich ein Spaßfußballer einfach. Gute Chancenverwertung, ist eine Doppelpassmaschine, sehr beisicher, passsicher. Was interessant ist, mit 1,98 würde man ja denken, ja, von den 20 Toren hat er bestimmt 15 mit dem Kopf gemacht. Nee, so viele waren es gar nicht. Ich glaube nur ein oder zwei. Er hat relativ viele Elfmeter-Tore gemacht. Auch hier nagelt mich nicht fest, ich glaube fünf oder sechs. Also du merkst schon, die meisten Tore macht er halt mit dem Fuß, nicht mit dem Kopf, aber es ist halt einfach ein cooler Spieler. Und ich fand es irgendwie lustig, als ich gelesen habe, dass dieses Gerücht, ich weiß nicht, wo es zuerst aufkam, als er mit dem VfB irgendwie in Verbindung gebracht wurde. Und es läge ja irgendwie nahe, dass man denkt, ja, wenn der Kalajdzic geht, dann kommt halt ein anderer mit 1,98 Körpergröße und so. Aber es sind zwei unterschiedliche Spielertypen, aber ein cooler Spielertyp, muss man sagen. Und der wird wahrscheinlich auch nicht bei Crotone bleiben. Hat ja eine Ausschiedsklausel, für 10 Millionen Euro kann er den Verein verlassen, das wird kein Mensch für ihn bezahlen, lege ich mir jetzt schon fest. Aber da hat auch Crotone schon angedeutet, wenn du mir sechs gibst, dann passt das auch so. Und ich denke, da wird sich jemand finden, der den Spieler dann verpflichtet. Der VfB wird es nicht sein. Vielleicht muss ich morgen schon über diese Nachricht lachen.